Martin Orneberg, heute nicht in der Funktion als Präsident der Industriellenvereinigung, sondern als Geschäftsführer des Automobilzulieferers Henn. Ihr habt bei eurem Standort in Steinebach kräftig investiert. Warum und was hat sich geändert? Warum wir investiert haben, wir haben einen Plan, der bedeutet gesundes Wachstum in den nächsten Jahren und man muss natürlich rechtzeitig die Voraussetzungen schaffen. Einerseits im personellen Bereich natürlich, auf der anderen Seite Infrastruktur, das ist Kapazitätserweiterung, aber da gehört natürlich neben der IT auch Infrastruktur dazu, Gebäude. Und die Entscheidung haben wir sozusagen treffen müssen 2016. Und wir haben halt evaluiert zwischen Grüner Wiese und am Standort Steinebach, wo wir vorher schon da waren. Und letztendlich ist die Entscheidung für den Steinebach gefallen, für das Gebäude. Und wir sind froh, dass wir die Entscheidung so getroffen haben. Was uns wichtig war, ist einerseits die offene Gestaltung, die Kombination nämlich zwischen Produktions-Engineerungsfläche und auf der anderen Seite Bürofläche. Die Wege sollten möglichst kurz sein. Informelle Kommunikation und natürlich auch entsprechendes Wohlfühlen im Sinne der Handkitchen, wo die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben auch zum Frühstück oder Mittag sozusagen entsprechend zu essen. Auch die Möglichkeiten haben am Arbeitsplatz durch die Meeting-Points entsprechend Auszeiten zu nehmen, wo man wieder informell sprechen kann. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und auf der anderen Seite, was uns natürlich auch wichtig war, ist einfach, dass man das Flair auch schafft. Und ich glaube, das ist das Besondere da. Das ist ein altes Industriegebäude mit einer ordentlichen Vergangenheit, das modern interpretiert ist und letztendlich auch die Basis und die Symbolik für ein gesundes, nachhaltiges Wachstum zeigen soll. Sie sprechen über Wachstum, vor allem die Wachstumsaussichten. Wie gut geht es hin aktuell und wohin soll es gehen? Wir sind die letzten Jahre sehr stark wachsen, laufend über den durchschnittlichen Marktwachstum. Im ersten Halbjahr haben wir wieder 8 Prozent unserem Umsatz steigen können auf rund 33 Millionen. Wir haben den Plan für heuer die 70 Millionen Euro Grenze zu erreichen, also sprich ungefähr 16 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Und unser großes Ziel ist 2021 die 100 Millionen Euro Grenze zu knacken, das möglich ist, aber man braucht natürlich das Kännchen Glück und den Fleiß dazu, um das zu erreichen.